Yo! Freunde! Wenn ich dieses Video gesehen habe, ich war im Zoo, Leute. Ich bin abdecken. Ich war heute im Zoo, im Frankfurter Zoo, Leute. Und Leute, mein kleiner Vogel, ne? Ihr könnt euch schon merken, wo der ist. Ja, in seinem Käfig. Aber wo in seinem Käfig? Da oben in seinem Käfig. Sag mal, hallo, Bilo. Also, da will... Ich hab mit dem so in meine Hand genommen und da schleiche ich mich die ganze Zeit, da fliegt weg. Da nimmt alles was vom Zoo, Leute. Achso. Ah, geil, guck mal. Der Arme. Komm. Also, Leute. Ja, ich hab schon eine neue Uhr vom Zoo bekommen. Kann man nicht... Ja, Leute. Er will die ganze Zeit so spielen. Keine Ahnung, wieso. Aber, Leute. Er war eher mein... Lieblingsdienstes. Darum... Ich spiele auch mit dem Zoo. Aber, Leute. Sorry, wenn ich so... Huste, weil ich bin zu krank. Auf jeden Fall, Leute. Machen wir erstmal die Fenster auf. Wenn der jetzt wegfliegt, ne? Dann hör ich auf mit YouTube. Wenn der jetzt wegfliegt. Warte, geh mal ganz kurz rein. Ey, Bilo. Hey. Da geht's ja nicht los. Da, da. Okay, Bilo. Bleib mal ganz kurz mit. Geh mal ganz kurz nach oben. Komm. Ja, ja, Bilo. Ich bin gleich. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Guck mal. Mal gucken. Dafür mach ich noch das hier zu. Auf jeden Fall, Fenster ist offen. Ich hab nur Gardinen zugemacht. Wenn der jetzt wegfliegt, ne? Dann hör ich auf mit YouTube. Gott. Oh mein Gott. Guck mal, wie süß. Der fliegt einfach nicht weg. Oh mein Gott. Wie ein kleiner Süßer. Bilo, ich bin schon da. Keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Yabra. Mach dir keine Sorgen. Yabra. Was machst du da unten? Oh mein Gott. Okay, ich mach jetzt wieder. Zu. Okay. Zu, Leute. Jetzt Gardinen zu. Wo der immer hingeht. Komm. Uppetick. Äh. So, Bilo. Guck mal, wo der jetzt direkt hingeht. Darin. Bilo, ich stell jetzt mal die Kamera. Auf. Darin. Ich muss die Kamera darin aufstellen. Ja, ich stell die darin auf. Bilo. Bilo. Okay. Bilo, hab immer Angst, Leute. Darin bist du da. Immer wenn es dunkel ist, habt ihr Angst. Darin, Leute. Such ihn einen Gefallen. Machen das Licht auf. Los, Bilo. Jetzt geht aufs A. Bist du. Bra. Guck jetzt mal alles, was der jetzt macht. Als erstes. Guck jetzt alles, was der jetzt macht. Als erstes. Guck jetzt alle. Ich guck auch ein bisschen heim. Heim und Schmidt. Wie sieht ihr mich so da vielleicht auch nicht? Da bin ich. Bilo will zuspielen. Okay. Hier war es so. Bilo ist auf jeden Fall weggeflogen. Nein, Spaß. Guck mal, der ist da. Oh mein Gott. Bilo, komm mal her. Komm mal her, Bilo. Bilo. Ah. Okay. Bilo ist auf jeden Fall weggeflogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.